Herzlich Willkommen bei BFC-TV. Es sind noch einige Ehrungen des Sonderzug Pankow offen. Heute zu Gast unser Stürmer Christian Beck. Beckos, herzlich Willkommen. Hallo. 78 Spiele, 47 Tore, sensationelle Quote, oder? Ja, ich bin doch sehr zufrieden. Hätte vielleicht gerne noch die 50 voll gemacht, aber ich finde schon, das ist eine ordentliche Ausbeute und da kann ich stolz drauf sein. Torschützenkönig warst du im letzten Jahr. Vom Sonderzug Pankow gab es ja eine kleine Ehrung dafür. Was gab es eigentlich vom Verband? Ja, das ist das Traurige. Leider gab es nichts für den Torschützenkönig. Vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren ändern. Wir werden es sehen, aber es ist schon sehr, sehr schade, dass man da nicht auch mal ausgezeichnet wird. Vom Sonderzug gab es ja einen Puzzle, 1000 Teile. Hast du es geschafft? Ja, ganz alleine nicht. Zum Glück habe ich eine willige Tochter, die da sehr, sehr gut geholfen hat und wir das dann am Ende zusammen sehr, sehr gut hinbekommen haben. Das ist doch sehr schön. Ja, in dieser Saison auch wieder ordentlich getroffen. Zufrieden mit deiner Ausbeute? Ja, na klar. Es ist immer so, dass man vielleicht das ein oder andere Tor hätte mehr schießen können, aber es sind wieder 16 Tore geworden. Und ich bin stolz, dass die Jungs mich so in Szene gesetzt haben und ich bin einfach froh, dass es dann am Ende so viele Tore auch geworden sind. Zurückblickend auf die zwei Jahre. Deine persönliche Bilanz, wie lautet die? Ja, durchaus positiv. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Ja, wir haben gerade letztes Jahr sehr, sehr viel Erfolg gehabt, sind Meister geworden. Natürlich, das i-Tüpfelchen hat gefehlt, dass wir den Aufstieg schaffen, aber sonst bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, die Fans haben es uns auch sehr, sehr einfach gemacht, haben uns immer unterstützt und ja, auch an dir nochmal ein großes Dankeschön. Ja, kurze Frage, wie geht es für Beckos weiter? Ja, ich werde natürlich jetzt noch ein bisschen Fußball spielen und die Arbeit verbinden. Also ich denke, dass es dann beim FCM, da stehen noch die letzten Gespräche, stehen dann noch an, dass es dann da weitergeht. Und ja, Fußball spielen werde ich dann noch beim FSV Schöning. Das ist doch eine schöne Mischung und jetzt kommen wir aber wieder mal zum Feiern und zum Ehren. Wir hatten letzte Saison ja schon darauf spekuliert, dass noch was kommt und wir haben eine Auszeichnung für 25 Tore. Korrekt, Ringo? Genau, 25 Tore und 50 Pflichtspiele. Vielen Dank, und Sona zu Pankow, einmal für die 50 Pflichtspiele. Vielen, vielen Dank. Und für die 25 Tore. Ja, cool, Dankeschön. Ja, Beckos, für deine Zukunft alles Gute, vielen Dank für deinen Einsatz im weinroten Trikot. Bist ihr jederzeit gern gesehen und wir freuen uns natürlich auch, wenn du zukünftig vielleicht die Töppmaschinen hast für die BFC Allstars. Ja, man soll niemals nie sagen, ne? Ja, dann vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.